Aktien 2.0. Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo, es ist Montag, der 13. Februar 2023 und auch heute wollen wir uns natürlich einen Blick auf die Wall Street gönnen nach dem etwas holprigen Wochenschluss und vor den US-Inflationszahlen, die dann am Dienstag anstehen. In wenigen Sekunden hören wir zu den Details mehr. Risikohinweis. Keine daher getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Nun zunächst einmal die Frage, wo stehen wir übergeordnet? Bereits am vergangenen Donnerstag hatte es sich abgezeichnet. Wir hatten es hier im Podcast am Freitag dann auch zum Thema gemacht und am Freitag war es soweit. Der S&P rutschte unter die 4100er Marke. Der darunter hier im Podcast thematisierte Zielbereich um zunächst 4050 Punkte, der konnte allerdings fast punktgenau gehalten werden und für den S&P 500 ging es dann einigermaßen versöhnlich, aber nichtsdestotrotz kurzfristig mit ein paar Schrammen aus der Handelswoche. Zum Wochenstart gehe ich davon aus, dass der Handel sich eher ruhig und tatsächlich technisch präsentieren dürfte. Die Markteilnehmer dürften gespannt auf die am Dienstag zu veröffentlichten US-Inflationszahlen warten. Und hier werden die Karten dann definitiv neu gemischt. Sollte es nach den eher restriktiv zu wertenden Kommentaren des Fats-Chairman Powell und dann auch dem Blockbuster Arbeitsmarktbericht Nonfarm Payrolls jetzt auch noch einen über der Erwartung von derzeit 6,2% liegenden Inflationsprint zu sehen geben, sehe ich kaum einen Grund nicht davon auszugehen, dass es für den S&P 500 zurück unter die 4000 Punkte Mark geht und sich das Bild für Aktien insgesamt nach dem starken Jahresstart zunächst eintrübt. Kühlt sich die Inflation hingegen weiter ab und wir bekommen sogar eine Veröffentlichung unter 6% zu sehen, sprechen wir zügig von einem Test der Augusthochs um 4300 Punkte. Also die Devise lautet, warten wir mal ab, schauen wir mal und blicken auf die Einzeltitel, die sich in der vergangenen Woche noch spannend und interessant präsentiert haben. Beginnen wollen wir mit Paypal, Betreiber eines Online-Bezahldienstes, der zur Begleichung von Mittel- und Kleinbeträgen, zum Beispiel beim Ein- und Verkauf im Online-Handel genutzt werden kann. Paypal am Donnerstag nachbörslich mit Zahlen und diese waren grundsätzlich solide, will ich mal sagen, allerdings dann auch kein Grund wiederum übermäßig optimistisch für die Aktie zu werden. Paypal ist zum Jahresende trotz Inflations- und Rezessionssorgen deutlich gewachsen. Trotz weltwirtschaftlichem Druck ist Paypal weiter gefragt. Als Bezahldienst blickt man auf beispielsweise das Transaktionsvolumen, die Umsätze oder auch den dann ausgewiesenen Gewinn. Und laut Prognose wird sich daran auch im laufenden Jahr, laut Paypal jedenfalls, nichts ändern. Schauen wir auf die Zahlen. Im vierten Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 7% auf 7,4 Milliarden US-Dollar. Der Betriebsgewinn ist im vierten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr sogar auf 1,2 Milliarden Dollar um 18% gewachsen. Den Nettogewinn wies Paypal mit 921 Millionen Dollar aus. Über das gesamte Geschäftsjahr 2022 setzte Paypal 27,2 Milliarden Dollar um plus 8% gegenüber 2021. Trotz des starken vierten Quartals ist der Betriebsgewinn auf Jahressicht allerdings rückläufig. Ging um 10% auf 3,8 Milliarden US-Dollar zurück, was sich dann auch beim Gewinn pro Aktie bemerkbar macht, auch wenn eine Wechselkursbereinigung hier laut Paypal eine 2 bis 4% besseres Ergebnis nach sich gezogen hätte. Trotz globaler Rezession und geldpolitisch restriktiver US-Notenbank, um der galoppierenden Inflation auch in den USA Einhalt zu bieten, was zu einer Veränderung des generellen Konsumsverhaltens geführt hat, wird Paypal doch weiter stark genutzt, wie gerade gesagt. Im abgelaufenen Geschäftsquartal summierten sich die durchgeführten Transaktionen auf 357,4 Milliarden US-Dollar, das sind 5% mehr als noch im vierten Quartal 2021. Während Paypal für das derzeit laufende Quartal einen Umsatzanstieg um 7,5% erwartet, gab das Unternehmen keinen Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr. Personell wird es zum Ende des Jahres 2023 dann eine Veränderung geben. Präsident und CEO Dan Schulman, der zieht sich zurück, ein Nachfolger wurde allerdings noch nicht gefunden bzw. benannt oder präsentiert. Bereits in der Woche vor den Zahlen hatte Paypal personelle Konsequenzen in Bezug auf die Belegschaft angekündigt, will diese um rund 7% kürzen, was meiner Einschätzung nach allerdings keine große Überraschung darstellt, wurden solche Schritte im Technologiebereich doch bereits von anderen Unternehmen wie Meta, Amazon oder auch Google angekündigt. In Bezug auf Investments bin ich, genau auch wie für Affirm, vor einigen Tagen hier im Podcast thematisiert eher zurückhaltend, würde Paypal lediglich als Beimischung im Portfolio und dann auch erst bei einer Rückeroberung der 100 Dollar Marke in Betracht ziehen. Das war Paypal, Börsenkürzel PYPL. Dann wollen wir einen Blick werfen auf Lyft, US-amerikanisches Dienstleistungsunternehmen, das als direkter Wettbewerber von Uber als Fahrdienstvermittler bislang allerdings nur in Nordamerika auftritt. Auch der Uber-Konkurrent Lyft am Donnerstag nachbörslich mit Zahlen und diese konnten anders als beim Konkurrenten gar nicht überzeugen, ehrlich gesagt. Die Aktie wurde regelrecht ausverkauft. Der Tagesverlust belief sich am Ende auf mehr als 30%. Schauen wir zunächst auf die Zahlen. Lyft wies einen bereinigten Verlust je Aktie von 74 Cent aus und einen Umsatz von 1,18 Milliarden US-Dollar gegenüber 1,16 Milliarden US-Dollar seitens der Wall Street erwartet. Für den Absturz war dann wohl eher tatsächlich der durchwachsene Ausblick für das kommende Quartal hauptsächlich verantwortlich. Lyft erwartet im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 einen Umsatz von rund 975 Millionen US-Dollar, weniger als die 1,09 Milliarden US-Dollar, die Analysten seitens der Wall Street erwartet hatten. Darüber hinaus erwartet Lyft im ersten Quartal ein bereinigtes EBITDA zwischen 5 und 15 Millionen US-Dollar und CFO Elaine Paul, die sagte, unsere Q1-Prognose ist das Ergebnis von Saisonalität und niedrigeren Preisen, einschließlich weniger Primetime, bezog sich auf den Zeitraum, in dem die Nachfrage von Passagieren höher ist als von Fahrern und in dem das Unternehmen mehr verdienen kann. Sie fügte hinzu, außerdem übt unser unterschiedlicher Zeitpunkt der Versicherungserneuerung einen zeitlich unterschiedlichen Druck auf unsere P&L, also Gewinn- und Verlustrechnung aus. Wir warten nicht darauf, dass sich das normalisiert, um wettbewerbsfähige Service-Niveaus zu erreichen. Wir konzentrieren uns darauf, Wachstum und Rentabilität zu steigern. Lyft verzeichnete im dritten Quartal 20,3 Millionen aktive Mitfahrer, praktisch unverändert gegenüber dem dritten Quartal, aber 8,7 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Auch diese Zahl bleibt unter dem Niveau vor der Pandemie. Im vierten Quartal 2019 hatte Lyft beispielsweise 22,9 Millionen aktive Fahrer. Gemäß den im Dezember an alle börsennotierten Unternehmen herausgegebenen SEC-Leitlinien, sagte Lyft, es überarbeite, wie es seine Nicht-GAAP-Finanzkennzahl berechnet, um Anpassungen der Versicherungsrückstellung für frühere Perioden einzubeziehen, was sich auf das bereinigte EBITDA dann auswirkt. Es hat Restatements für diese Ergebnisse in seinem ergänzenden Ergebnisdokument bereits bereitgestellt. Nach unseren aktualisierten Nicht-GAAP-Berechnungen betrug das bereinigte EBITDA negative 248,3 Millionen US-Dollar gegenüber negativen 47,6 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2021 und negativen 26,7 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2022, sagte Lyft. Das Unternehmen meldete für das Quartal einen Nettoverlust von 588,1 Millionen US-Dollar oder 1,61 Dollar pro Aktie. Das ist tatsächlich mehr als doppelt so viel wie noch im Vorjahresquartal. Davon wurden 201,3 Millionen US-Dollar auf aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Lohnsteueraufwendungen zurückgeführt. Lyft begann im November mit der Umstrukturierung, um die Betriebskosten zu senken, da es weiterhin mit makroökonomischen Herausforderungen konfrontiert ist. Die mit den Umstrukturierungsbemühungen verbundenen Kosten spiegeln jedoch nicht die Leistung des laufenden Betriebs von Lyft wider. Im Vergleich zu Uber waren diese Zahlen und auch die Kommentare seitens der CFO hier von Lyft und auch der Ausblick tatsächlich schlicht und ergreifend einfach nur schwach. Und für ein Investment dürfte die Aktie alles andere als attraktiv sein. Mir scheint im Gegenteil sehr wahrscheinlich, dass wir uns hier eher früher als später auf einstellige Aktienkurse in Lyft einstellen sollten und unser Pulver, wenn wir denn in diesen Bereichen tätig werden wollen, eher dann für Investments in Uber in Betracht ziehen sollten, weniger in den Konkurrenten Lyft. Das war Lyft, Börsenkürzel L-Y-F-T. Und final wollen wir einen Blick werfen auf Cloudfair, US-amerikanisches Unternehmen, das ein Content Delivery Network, kurz auch CDN, Internet-Sicherheitsdienste und verteilte DNS-Dienste bereitstellt, die sich zwischen dem Besucher und dem Hostig-Anbieter des Cloud-Flare-Benutzers befinden und als Reserve-Proxy für Websites fungieren. Sehr technisch, aber nun gut. Auch Cloudfair, am Donnerstag nachbösslich mit Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal und diese waren, genau wie auch der Ausblick, recht stark. Cloudfair erwirtschaftete im dritten Quartal 2022 einen Umsatz in Höhe von 274,7 Millionen US-Dollar, ein Wachstum zum Vorjahr von 42%. Damit verlangsamte sich das Wachstum der Internet-Infrastruktur-Plattform erneut. Im Vorquartal mit einem Umsatz von 253,86 Millionen US-Dollar betrug es noch 47% gegenüber dem Vorjahr. Das operative Ergebnis der US-amerikanischen Content Delivery Network, also CDN-Plattform, betrug im gleichen Zeitraum minus 50,69 Millionen US-Dollar nach minus 45,95 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Das Nettoergebnis von Cloudfair lag im Berichtszeitraum bei minus 45,92 Millionen US-Dollar nach einem Vorjahr von minus 77,5 Millionen US-Dollar bzw. minus 0,14 US-Dollar pro Aktie nach minus 24 US-Dollar Cent pro Aktie noch im Vorjahr. Cloudfair erzielte einen operativen Cashflow von plus 78,12 Millionen US-Dollar, nahezu doppelt so hoch wie noch im Vorjahr, wo dieser noch bei 40,62 Millionen US-Dollar lag und einen Free Cashflow in Höhe von 33,66 Millionen US-Dollar, fast viermal so hoch wie im Vorjahr, wo dieser bei 8,64 Millionen US-Dollar ausgewiesen wurde. Cloudfair konnte somit seine eigene Prognose erneut übertreffen. Matthew Prince, der ist Mitbegründer und CEO von Cloudfair, der sagte, im vierten Quartal haben wir ein Rekord beim Betriebsgewinn der operativen Marge und dem freien Cashflow erzielt. Außerdem haben wir die Marke von 2.000 Großkunden überschritten, die mehr als 100.000 US-Dollar pro Jahr an uns zahlen und eine Rekordzahl von Verträgen über 500.000 US-Dollar abgeschlossen. Und er sagte weiter, wir glauben, dass es in Zeiten wirtschaftlicher Abschwächung wichtig ist, Disziplin zu zeigen und die Effizienz zu optimieren. Grundsätzlich scheint Cloudfair ein interessanter Kandidat im Bereich Cloud-Business für ein mittelfristiges Engagement. Allerdings muss ich sagen, ist die Aktie seit Jahresbeginn bereits rund fast 50% gelaufen und ich will nun erstmal eine Abkühlung über einige Wochen sehen und in diesem Zusammenhang, ob die Aktie auch die Region zwischen 50 und 52 Dollar wird halten können. Falls ja und wir brechen danach über 65 Dollar, dann scheint mir in den kommenden sechs bis zwölf Monaten auf jeden Fall realistisch ein Lauf in Richtung 80 Dollar und vielleicht sogar darüber hinaus im Bereich des Möglichen. Das war Cloudfair, Börsenkürzel N-E-T. Und das war der Admirals Aktien Podcast 2.0 heute am Montag, den 13. Februar 2023. Denken Sie daran, die Republik kann traden und sie kann traden und investieren 2.0 mit Admirals. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch morgen am Blockbuster Tag Nummer 2 im Februar mit den US-Inflationszahlen hier wieder reinhören. Verbleibe bis dahin mit einem Happy Trading. Passen Sie auf Ihre Stops auf. Haben Sie sich wohl. Machen Sie es gut. Bis dann und tschüss. Das war Aktien 2.0 mit Jens Klatt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag.